Der Serbe Elsan Bibic hat heute den traditionellen Silvesterlauf in Päuerbach in Oberösterreich gewonnen. Andreas Wolter durfte sich über Rang 3 freuen. Wolter hier im weißen Trikot präsentiert sich zum Jahreswechsel in Topform. Der Gerasdorfer läuft als erster Österreicher seit 14 Jahren in Päuerbach unter die Top 3. Ich hab gewusst im Endspurt ist noch ein bisschen was von meinen jüngeren Jahren da und das habe ich dann ausspielen können. Im Lauf der Asse der Frauen gewinnt Verkuha Gedaschef aus Äthiopien. Beim Wiener Silvesterlauf setzt sich bei den Frauen Österreichs Olympia Triathletin Julia Hauser durch. Der Sieg bei den Männern geht an Marathonstaatsmeister Mario Bauernfeind.